Gegen Nico Tischler, der ein überragendes viertes Viertel gespielt hat. Acht Sekunden, sieben. Nicht mehr viel Zeit für Copeland. Zieht er das Foul, nimmt er den Wurf, er nimmt den Dreier, der ist schwer, der ist drin! Der ist drin! 0,5 Sekunden, das ist machbar, das ist genau ein Catch-and-Shoot-Ball. Crockett mit dem Einwurf. Da ist der Neu, der ist drin, der ist drin! Wir gehen in die Overtime! Ja, was ist das denn für ein Spielzug? Ja, bist du...